Willkommen bei iWorkplace. Ich will den Nutzen meines Kalenders noch verbessern. Mein Name ist Pierre Milener. Als erstes wäre es doch praktisch, wenn sämtliche Schweizer Feiertage sofort ersichtlich wären. Das können Sie hier einstellen, bei diesem kleinen Pfeil hier, oder gehen Sie zu Datei, Optionen und wählen Sie hier bei Kalender Feiertage hinzufügen. Wählen Sie welches Land, OK, und die Feiertage werden importiert. OK, OK. Schauen wir nach, ob der 15. August drin ist. Ich gehe hier zurück oder ich kann hier sofort auf den 15. August gehen und sehe, Maria Himmelfahrt ist eingetragen. Ich gehe wieder zum heutigen Tag, hier oben, heute oder nächste sieben Tage und ich möchte jemanden einladen, mit mir zusammenzuarbeiten und ich kann hier bestimmen, Kalender freigeben, was diese Person von meinem Kalender sieht. Kann diese Person meine Daten ändern? Sieht diese Person sogar, was ich dann mache? Oder sieht diese Person nur, dass ich Termine habe? Ich gehe auf Kalender freigeben, sende diese Einladung an eine Adresse und bestimme hier das Recht, das diese Person nachher haben soll. Die Person erhält dann ein Mail und kann diese Einladung akzeptieren und hat von da an Zugang zu ihrem Kalender. Bei dieser Person erscheint dann dieser Kalender hier unten bei Andere Kalender und Sie sehen, Sie haben einen Kalender freigegeben. Nun möchte ich bei mir einen anderen Kalender sehen. Ich gehe mal hier auf Andere Kalender, mache hier einen Rechtsklick drauf, sage Kalender hinzufügen und wähle aus Adressbuch. Und hier staune ich doch einigermassen, da ist ja alles vom ganzen Kanton, da sind sämtliche Kantonsangestellte drin. Wenn ich hier nun mal jemanden suche, Sommerhalder Sarah, Doppelklick darauf, ok, dann sehe ich, wann Sommerhalder Sarah gebuchte Termine hat. Ich sehe zwar nicht, was sie hier gerade plant, aber ich sehe immerhin, wann sie Termine hat. Ich kann diesen Kalender rechts daneben stehen haben oder bei diesem Pfeil auch in meinen Kalender integrieren, so sehe ich immer, wann Sommerhalder Sarah Termine hat. Hier links steht bei Andere Kalender Sommerhalder Sarah. Mit einem Haken kann ich diese Ansicht auch kurz wieder aus und wieder einblenden. Ich blende sie wieder aus. Nun möchte ich eine ganze Gruppe an eine Besprechung einladen. Die Ansicht hier oben wechselt sofort, wenn ich auf einen Termin klicke. Sie sehen, ich habe nun die Möglichkeit, Teilnehmer einzuladen. Hier bei An erscheint das ganze Adressbuch. Ich gehe mal hier auf eine Gruppe, sage Jawohl, die lade ich ein oder ich gehe auf einzelne Personen. Diese Person lade ich ein, diese Person lade ich ein. Ok, Sie sehen, die Adressen werden hier gesammelt. Ok. Und ich könnte nun hier noch einen Text schreiben und senden. Das mache ich nun nicht, denn ich kenne diese Personen alle nicht. Also ich gehe da wieder raus, sonst würden die nun alle eine Einladung erhalten. Angenommen, es lädt Sie jemand zu einem Termin ein, dann erscheint in Ihrem Kalender tatsächlich plötzlich hier schon ein Termin. Ich mache das nun von einem anderen PC aus. Ich sende eine Einladung. Siehe da, plötzlich ist hier ein Termin erschienen. Der ist ein bisschen durchsichtig und wenn ich da draufklicke, dann habe ich die Möglichkeit, diesen Termin zuzusagen, mit Vorbehalt zuzusagen oder abzulehnen und jene Person, die mich eingeladen hat, wird dann diese Information wieder erhalten als Mail. Ich klicke mal hier doppelt drauf auf den Termin. Dann sehe ich sogar noch die Mail, die mitgeschickt wurde. Die Mail finden Sie übrigens auch bei Ihnen Mails hier. Wenn ich hier draufgehe, sehe ich die Einladung, hier Ruderfahrt und ich kann auch hier vom Mail aus sofort zusagen, mit Vorbehalt zusagen oder ablehnen. Ich sage mal zu. Antwort senden. Was passiert? Das Mail ging raus. Bei meinem Kalender ist nun dieser Termin fix eingetragen. Doppelklick hier drauf und ich sehe, das ist ein Termin wie jeder andere auch. Das war's.